Oh, die Musik ist... die gute Musik! Was hab ich da grad kaputt gemacht? Oh, da krieg ich da Gänsehaut, wenn ich das höre. Zieht das gut? Ah, mein Ohr hat grad etwas gewirkt. Oh, ich muss erst mal das Ding hier kaputt machen. Heilen. Oh, leckig du Pisser. Ha! Ah, der kommt hier rüber! Oh, ja, natürlich. Oh, ja, natürlich. Oh, ja, natürlich. Oh, ich krieg diese Drecks... Ich hab voll die Probleme mit den Viechern. Hat man vielleicht gemerkt, so ein bisschen. Ich will mich aber noch nicht heilen. Noch nicht. Oh! Oh! Ich bin ja da an dieser! Ganz gefuchst! Oh, ein Mörser! Ein Mörser! Ja! Ah, hier gibt's gleich bestimmt voll Action. Was? Machen wir erst mal, was hier drüben ist. Oh, ein Grammophon! Was nur passiert? 11.5, cool. Ha, nice. Ich nehme erst mal das Grammophon. Feines Grammophon. Was macht denn das? Was ist denn das feine Grammophon? Ein Andenken. Ein Gerät, das mit Hilfe von gravierten Scheiben Musik erzeugt. Selonias musikalische Tradition umfasst Volkslieder mit schmissigen Melodien. Von dieser Tradition ist kaum etwas übrig. Jetzt will ich mir erst mal das Ding hier angucken. Okay, zum Schießen, X gedrückt halten. Boah, nice. An sich eine coole Sache. Aber der braucht zu lange ein Finish. Oder was hatte ich denn vorher? Vorher hatte ich die Muskete. Ich bleib jetzt erst mal hierbei. Ich glaube, das ist doch mit dem Feuerdingen doch eine ganz gute... Eine ganz gute Kommen. Vor allem ist das auch recht stark. Ach, das geht da ja an die Strophe. going, dann geht es weiter. Wenn die Zitat ab ist, dann geht es auch auf die Kommen. Wirklicher Schätzer. Und das ist ja nicht so gut. Ah, abwarten. Ja, das hat ja doch nicht so viel abgezogen, wie ich dachte. Ja, ja, ist gut. Dann gehen wir hier runter. Dann gehen wir erst mal hier runter, bis das da weggestunken ist. Ähm, da kann man gar nicht hin, oder? Nö. Schade. Die Musik ist auch rum, hat auch keinen Bock mehr. Gibt leider nichts. Beide weg, nice. Oh, das sieht süß aus, da, mit dem... Mit dem... Oh. Ach, guck mal, das kann man wegschleudern. Wusste ich gar nicht. Und da ist der... Splitter. Jetzt geht ab. Ach nö, nicht die. Oh. Oh! Was schießt denn da? Von oben. Ah, das sind die Dinger. Jeder. Okay. Okay. Gut. Das war's. Ja, ich hab mein Bestes getan. Meine rechte Hand ist grad ein bisschen am Einschlafen. Wenn die Bastion fertig ist. So, mal sehen, was jetzt hier abgeht. Okay, jetzt können wir noch eine Sache aufleveln. Ne, die da oben auch noch. Okay. Unser Beitrag lange noch nicht, okay. Wow, neue Sachen! Ähm... Ach, die haben wir schon fertig! Oh, das gibt jetzt richtig Cash! Wuhu! Ähm... War das auch schon da eben? Weiß es nicht. Jage schnell zwölf Kugeln in einen einzigen Feind, ohne zu verfehlen. Durchsteche einen Feind mit einem Hieb und gib ihm dann mit einem Wurf den Rest. Äh... Füge nur mit einem Schuss 999 Schaden zu. Nutze die Schmiede, um mehrere Waffen zur dritten Stufe aufzuwerten. 2.000. Ähm... Die Fragmente der alten Welt sammeln. Gib die verlangte Anzahl von Fragmenten aus. Oh. Ja, gut. Sammle genug Erfahrung, um Stufe 5 zu erreichen. Richte jedes Bauwerk in der Bastion. Da ist bestimmt mit Aufleveln auch gedacht, weil da fehlt jetzt nur noch eins. Nur noch, in Anführungszeichen. Ähm... Überlebe einen Abstecher nach, wer weiß wo, mit mindestens einem aktivierten Schreingötzen. Okay, dann machen wir das doch mal jetzt. Ähm... Mit einem Götzen. Feinde schlagen mit größerer Wucht zu. Feinde neben Rache während der Pein der Niederlage. Feinde wachsen schneller, um sich bewegen und zuschlagen zu können. Feinde erlangen Widerstandsfähigkeit gegen der physischen Schaden. Nimm mal das hier. So. Ist der jetzt noch an? Ja, gut. Watt. Achso, das leuchtet jetzt noch alles auf. So, erzähl mal. Ach, genau. Das Grammophon. Ähm... Können wir den hier spielen lassen? Es werden sich wohl kaum irgendwelche Nachbarn beschweren. Ach, wie süß es da steht. So, was hast du zu erzählen? Weißt du, wie der funktioniert? Ich dachte mir, er würde dir gefallen. So. Dann spielen wir los. Ah, jetzt kann man sich hier die Musik aussuchen, das ist ja cool. Aber. So.